Hey Leute, heute kommt mal wieder ein Video von mir. Wir sind jetzt hier heute auf dem Berg und hier ist sehr hohes Gras und ich bin mit Zafir. Shakira, also das weiße Pony, habe ich auch mit und er ist halt auch ganz lieb und so. Aber jetzt gerade reite ich halt ihn. Ich habe auch den Putzkasten alles mit für sie und meine Hunde sind auch mit. Also ja, alle sind mit. Wir werden jetzt noch schnell ein bisschen reiten gehen. Wir werden jetzt noch ein paar Jahre. Wir werden jetzt noch ein paar Jahre. Wir werden jetzt noch ein paar Jahre. So Leute, ich bin jetzt auf dem Schotterweg. Mein Hundi und der Hundi ist auch noch da. Mein Hundi und Zafir. Und er ist heute mega lieb und geht ohne Leine. Das ist mega krass. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was? ich mache jetzt den abschluss vom video ich hoffe euch hat das kleine video gefallen und es war ich glaube es ist nicht so lang ich weiß es nicht genau weil ich nicht immer ganz so genau sehe wie lang das video ist aber hier ist immer so schön ich werde euch noch ein paar bilder einblenden die ich gemacht habe und ja hier ist mein hundi und dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal wieder und schaffen wir die 390 das wäre mega cool sind ja voll ich habe ich lieb heute